Immer größere Fernseher mit immer besseren Bildern sind das beherrschende Thema auf der IFA 2013. Samsung übrigens mit 10.000 Quadratmetern Fläche der größte Aussteller auf der IFA und LG präsentieren eine absolute Sensation, nämlich gekrümmte OLED-Displays. Das gute Stück neben mir ist jetzt nicht unbedingt wohnzimmertauglich beim Preis. 8.000 Euro muss man für das gute Stück hinlegen. Eine gekrümmte Oberfläche, die dafür sorgen soll, dass man einfach Tiefen viel besser wahrnimmt, dass man ein ganz neues Seherlebnis bekommt und das mit einer optisch wirklich schicken Variation eines TV-Geräts. Das Besondere an diesem S9C ist, dass die Anschlusselektronik in einer separaten Box ausgelagert wurde. Sie besitzt vier HDMI-Anschlüsse, zwei Triple-Tuner für Kabel und Satellit und auch verschiedenste andere Anschlüsse. Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass die Technologie des Fernsehers vielleicht versagen kann, sie müssen aber kein neues Gerät erstehen, sondern können einfach diese kleine separate Box austauschen lassen und haben ihr Fernsehgerät immer noch zu Hause. Eines der Top-Features dieses Geräts ist die Multi-View-Funktion, mit der bis zu 15 Personen gleichzeitig zwei Programme schauen können. Möglich ist dies über eine sogenannte 3D-Brille, an deren Brillenbügel sich ein roter Knopf befindet. Auf den gedrückt ist es dann möglich, mit einem Knöpfchen im Ohr eben nicht nur ein anderes Fernsehprogramm als beispielsweise der Ehemann zu schauen, der gerne das Fußballspiel sehen möchte und Sie hören auch den Text Ihres Fernsehprogramms. Also Ehe-Streitigkeiten legen Sie mit diesem guten Stück höchstwahrscheinlich ad acta. Der Hersteller empfiehlt einen Sitzabstand zum Schirm von etwa drei bis vier Metern, um ein optimales Sehergebnis zu bekommen. Und ich würde sagen, überzeugen Sie sich einfach selbst von dieser Innovation, dem gekrümmten OLED-Bildschirm. Ich habe mir jetzt einen kompetenten Gesprächspantler zur Seite geholt, nämlich Michael Wilmes, seines Zeichens Unternehmenskommunikationschef von LG Deutschland. Herr Wilmes, wir stehen ja jetzt vor Ihrem neuen Flaggschiff, möchte ich mal sagen, einem 77 Zoll Ultra-HD-Fernseher, mit der Besonderheit, dass es ein gebogener OLED-Bildschirm ist. Was hat es mit diesem OLED auf sich? O steht für organisch, da lebt aber nichts in diesem Gerät, oder? Nein, Sie müssen den Fernseher nicht füttern oder über Nacht irgendwie mit Wasser beglückten Einnahmen. Das heißt im Endeffekt, organische LEDs bedeuten, sie werden nicht mehr angestrahlt, sondern sie leuchten selber. Wir sind erstmals in der Lage, quasi auf die Hintergrundbeleuchtung zu verzichten. Das heißt, schwarz wird als schwarz angezeigt, einfach wenn die LEDs aus sind. Das versetzt uns in die Lage halten, unendlichen Kontrast herzustellen, ein unglaublich detailscharfes Bild zu produzieren. Und das verbirgt sich im Endeffekt hinter OLED. Weiterer Vorteil ist, sie sind tatsächlich Beat-Body-Displays und dieses Gerät kann auch noch 4K, also Ultra-HD. Das heißt, wir kombinieren wirklich zwei große Trends in einem Gerät, 4K-Auflösung und OLED. Und was ist jetzt der Vorteil eines gekrümmten Displays? Also wir kennen gekrümmte Displays aus dem Kino zum Beispiel. Kino-Leinwände sind gekrümmt und das hat den Grund, dass sich zum Beispiel an den Rändern keine Verzerrung mehr geben. Das heißt, die Augen fixieren automatisch immer die Mitte, vergessen dann aber beim flachen Bildschirm häufiger mal die Ecken. Also keine Verzerrung, keine Detailverlösen. Richtig, ganz genau. Und gleichzeitig ist einfach der Blickwinkel auch nochmal ein größerer und es sieht cool aus. Absolut, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich glaube sogar, dass das auch ein intelligenter Fernseher ist, oder? Ja, natürlich. Wir haben die üblichen Funktionen, sage ich mal, Smart TV 3D haben wir eingebaut. Das heißt, man ist also mit dem Gerät wirklich für die kommenden Jahre sehr, sehr gut gerüstet. Das heißt, es gibt auch schon bereits vorinstallierte Apps? Richtig, es gibt Apps, die vorinstalliert sind. Das ist das, ich sage mal, das übliche Smart TV-Programm, was wir darauf haben. Wir haben YouTube, wir haben verschiedene Browser, wir haben Facebook und so weiter. Wir haben einige Games vorinstalliert. Also ist alles quasi dabei. Herr Wilm, ist jetzt natürlich die alles entscheidende, die wichtigste Frage von allen. Was kostet denn das gute Stück? Weiß ich nicht. Wie, das wissen Sie nicht? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also wir haben das Gerät, das ist wirklich so frisch hier auf den Stand gekommen. Wir haben noch keine Details zu Preisen und auch Verfügbarkeiten. Wir wissen, dass der OLED nebenan, der kleinere, der kleine Bruder quasi von dem Gerät, 9000 Euro kostet auf 55 Zoll. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die 77 Zoll Variante etwas teurer ist. Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Noch einen erfolgreichen Messeauftritt und ich hoffe, das gute Stück wird ein Verkaufsschlager. Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Ihr wollt noch mehr von der I-Fan 2013 in Berlin sehen? Dann klickt doch einfach hier. Und wenn euch unsere Videos gefallen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Und das geht da.